Immer mehr Menschen bestellen Lebensmittel online, auch Nahrungsergänzungsmittel. Im Internet findet man heutzutage ein umfangreiches Angebot von seriösen, qualitativ hochwertigen Produkten. Doch aufgepasst! Leider werden über das Internet auch Produkte angeboten, die in Deutschland nicht verkehrsfähig sind. Das heißt, nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Diese werden häufig mit unzulässigen bzw. verbotenen Werbeaussagen beworben oder enthalten gar gesundheitsgefährdende Stoffe. Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel, für die umfangreiche gesetzliche Vorgaben für Produktsicherheit und Qualität gelten, und zwar europaweit, unabhängig davon, ob man Nahrungsergänzungsmittel im Supermarkt, Drogeriemarkt oder online kauft. Außerdem müssen Nahrungsergänzungsmittel beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, BVL, angezeigt werden, damit die zuständigen Behörden immer wissen, welche Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt sind. Eine umfassende Überwachung des Produktangebots im Internet ist aber deutlich schwieriger als im Handel. Wie kann ich aber nun seriöse von unseriösen Angeboten unterscheiden? Bei seriösen Versandapotheken, bei Internetshops bekannter Drogerie- oder Lebensmittelketten oder bei in Deutschland ansässigen und namhaften Herstellern können Sie davon ausgehen, dass die gesetzlichen Vorschriften eingehalten und die Produkte sicher sind. Denn diese Unternehmen agieren verantwortungsbewusst und werden regelmäßig von der Überwachung kontrolliert. Bei Ihnen unbekannten Anbietern achten Sie als erstes darauf, ob die Internetseiten ein Impressum enthalten und dieses alle gesetzlich vorgeschriebenen Angaben enthält. Anschrift, Firmensitz, den Namen des Geschäftsführers, eine Kontaktmöglichkeit des Anbieters, die Steuer- bzw. Identifikationsnummer. Prüfen Sie dann, ob die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben für die Nahrungsergänzungsmittel in deutscher Sprache vorhanden sind. Die Bezeichnung, also Nahrungsergänzungsmittel. Das Zutatenverzeichnis. Die Mengenangabe zu den enthaltenen Nährstoffen. Die Angaben zum Hersteller oder Verpacker. Verzehrsempfehlung. Verwendungshinweise. Seien Sie besonders kritisch, wenn heilende oder lindernde Wirkungen eines Produktes beworben werden, denn solche krankheitsbezogenen Angaben sind bei allen Lebensmitteln und damit auch bei Nahrungsergänzungsmitteln grundsätzlich verboten. Bei Zutaten, die Sie nicht kennen oder die Sie bei Produkten aus Apotheke, Drogerie und Supermarkt nicht finden, sollten Sie vorsichtig sein. Holen Sie sich hier weitere Informationen ein, zum Beispiel im Internet. Aber auch Informationen im Internet muss man genau prüfen. Insbesondere sollte man kritisch gegenüber Empfehlungen aus Verbraucherportalen, Diskussionsforen oder Chatrooms sein. Und wenn Sie sich dann immer noch unsicher sind? Fragen Sie die Hersteller, Ihren Apotheker, einen Ernährungsberater oder Ihren Arzt. Also Augen auf, dann können Sie Nahrungsergänzungsmittel auch unbesorgt im Internet kaufen und bequem nach Hause liefern lassen.